Was will systemische Therapie? Hunde, Papa, ich habe gerade zu meinem Kleinen darüber geguckt und einiges mehr. Ich möchte euch darstellen, wann systemische Therapie funktioniert und wann nicht oder wie grundsätzlich Therapie funktioniert. Und das habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Also wie funktioniert Therapie, auf welchen Ebenen funktioniert Therapie? Wenn wir Bewusstsein oder Psyche grob unterteilen in verschiedene Ebenen, dann ist die erste Ebene, die wir auch im Leben erfahren, die intrapersonale Ebene oder die Ich-Ebene. Das ist die Ebene, wo wir sagen können, ich fühle mich gerade so und so. Zum Beispiel fühle ich mich vor der Kamera nun beginnend tatsächlich ein wenig wohler, obwohl ich immer noch ein gewisses Misstrauen hege, auch wenn mich gerade die Kamerafrau so nett anlächelt, sodass da irgendein böses Wesen hinter dieser Kamera lauert und mich ins Unglück zerrt. Aber im Großen und Ganzen, das ist vollkommen neurotisch, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich kann mich einigermaßen wahrnehmen. Das können viele andere Menschen auch und einige andere Menschen können das nicht. Wenn es nicht gelingt, sich selbst wahrzunehmen in seinen emotionalen Qualitäten, in seinen instinktiven Qualitäten, dann ist systemische Therapie meist nicht sehr sinnvoll. Da nutzt es vielmehr so etwas zu machen, was es auch im Voss-Institut gibt, etwas wie kompakt. Dann kann man erstmal den Körper freimachen, man kann Impulse machen, das heißt mit klassisch-humanistischen Therapie-Methoden erstmal den Geist, das Bewusstsein ein bisschen freier machen, dafür gibt es andere Methoden. Systemische funktioniert nicht auf der Ich-Ebene. Vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Die nächste Ebene, die wir uns kennenlernen, ist die Du-Ebene. Es gibt den Satz von Fritz Perls, der sagt, das Ich erfährt sich immer nur am Du. Hier ist Beziehungskompetenz gefragt und idealerweise können wir uns selbst wahrnehmen, wir sind also wahrnehmungsbegabt, emotional intelligent und gleichzeitig daraus folgend auch beziehungskompetent. Sollte es hier ein bisschen hakeln, ein bisschen schwierig werden, wirkt hier wiederum Impulse, hier wirkt wiederum kompakt. Wenn man verstehen möchte, wieso klappt das denn immer nicht mit dem Nachbarn, gibt es KSP-Kurse, die da ganz hilfreich sind, zunächst mal zu verstehen, wie wir alle funktionieren, was für Charakterstrukturen es gibt, was mein Körper gerade erzählt, während ich vor der Kamera stehe, das ist KSP 1, oder welche Beziehungsstrukturen, das ist KSP 4, existieren. Auch hier wirkt systemische nicht. Also gibt es große Beziehungskonflikte, zunächst einmal gibt es andere Methoden, die da viel wirkungsvoller sind. Nun gibt es aber Menschen, die scheinen unter einem dunklen Stern geboren zu sein. Etwas geht im Leben immer schief und obwohl sie sich selbst wahrnehmen, obwohl sie beziehungskompetent sind und kommunikativ erfolgreich, scheint es zu sein, immer aus welchen magischen Gründen auch immer, dass Beziehungen nach drei Jahren enden. Oder aber, jemand ist sehr begabt, er hat gut studiert, er hat einen guten Job und trotzdem gelingt es, aus welchen Gründen auch immer, nicht wirklich Plus auf dem Konto anzusammeln. Immer wenn es ins Plus geht, geht das Auto kaputt, die Waschmaschine, irgendwas passiert und plötzlich ist das System wieder im Minus oder in den Schulden, die auf eine gewisse Schuld hindeuten. Vielleicht ist jemand auch chronisch krank mit seinem Körper und ist nun wirklich engagiert und wirklich wahrnehmungsfähig und möchte wirklich verstehen, was fehlt mir denn, was kann ich aktiv tun als Patient, damit es mir besser geht. Und das tun die auch und trotzdem scheint es nicht zu funktionieren. Anders formuliert, wann immer es ein bisschen magisch oder mystisch scheint und da Kräfte am Werk sind, die wir nicht in uns und auch nicht gegenüber dem Du fassen können, ist wahrscheinlich ein systemischer Konflikt aktiv im Patienten, im Klienten, im Menschen. Das ist die nächste Ebene, die Wir-Ebene. Kaum jemand würde bestreiten, dass wir natürlich geprägt sind durch unsere Familienstrukturen und all die, die vor uns waren. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man in einer preußischen Offiziersfamilie groß wird oder in einem Alt-68er-Haushalt. Wer würde bestreiten, dass Friesen doch ein bisschen anders sind als Bayern? Natürlich prägt uns unser Umfeld, ohne dass wir es bewusst mitzubekommen. Und wenn in unseren Vorfahren, also in unserer Familie und Großfamilie Konflikte waren oder manchmal auch Schlimmeres, dann prägt es das Ich, es prägt die Beziehungsebene Du und alles, was wir auf diesen Ebenen versuchen, scheitert meist, weil das Problem liegt oder die Ursache liegt auf dieser Ebene. Man könnte auch meditieren, keine Frage. Das ist die nächste Ebene, die Ebene All-Eins-Ebene. Hier wirkt Meditation, hier wirkt Yoga, hier wirken Weisheitstraditionen, aber gewisse Dinge kann man im Leben auch nicht wegmeditieren. Und wenn das und das gut funktioniert und jemand auch einigermaßen erfahren ist auf dieser Ebene und trotzdem Dinge im Leben schieflaufen, ist die Antwort im Allgemeinen klar. Das muss oder wird wahrscheinlich auf der systemischen Ebene liegen. Und was das bedeutet oder wie sowas entstehen kann, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, einen echten Fall, den ich natürlich etwas verändert habe, um Patient, Patientin zu schützen. Dennoch, es macht ziemlich schnell klar, wie unser jetziges Ich-Leben, unser Beziehungsleben geprägt wird durch Dinge, die geschehen sind, lange bevor wir geboren wurden. Das heißt, gewisse Symptome oder gewisse Probleme sind entstanden, da waren wir einfach noch nicht auf der Welt. Klingt verrückt, ist aber so. Stellt euch vor, hier ist eine Mutter und die hatte eine Schwester. Also diese Mutter war mal ein Kind, sagen wir sechs Jahre alt und ihre Schwester war zwei Jahre alt, konnte gerade laufen. Und der Auftrag an diesen Menschen, der später die Mutter von unserer Patientin wird, das hier ist unsere Patientin, der Auftrag an die Sechsjährige lautete, pass auf deine Schwester auf, auf die Zweijährige. Und die Sechsjährige hat gesagt, klar, passe ich auf. Und dann hat sie einen Moment nicht aufgepasst. Und die zweijährige Schwester läuft um einen Zaunpfeiler rum, auf einen Teich zu, auf einen Weiher und ertrinkt. Das ist schrecklich. Und alle Welt sagt natürlich zu dem Kind, das später die Mutter unserer Klientin geworden ist, dafür konntest du nichts, du warst ja nur ein Kind. Völlig klar. Innerlich geschieht natürlich jetzt etwas wie Schuld in dem System, die ja später Mutter wurde von unserer Klientin. Es entsteht ein Schuldgefühl und eine innere Bindung an die Schwester, die durch die Unaufmerksamkeit gestorben ist. Das bedeutet, innerlich schaut, zumindest sagt das die systemische Therapie, diese Mutter immer noch auf ihre verstorbene Schwester. Und die Schwester schaut wahrscheinlich auch noch auf ihre große Schwester, die nicht auf sie aufgepasst hat. Jahre vergehen. Das Mädchen wird erwachsen, wird später Mutter und bekommt eine Tochter. Und diese Tochter, die unsere Patientin, Klientin ist, deine beste Freundin ist, deine Arbeitskollegin, die hat immer wieder Beziehungserbrüche. Wie gesagt, sie fühlt sich selbst, sie ist kommunikativ, aber irgendwie gelingt ihr kein Lebensglück. Die Beziehung scheitert, sie läuft immer wieder in Schulden hinein und erstaunlicherweise hat sie tiefsitzende Rückenschmerzen, die ihr keiner erklären kann. Also eine Beckenproblematik. Aus den KSP-Kursen, aus den Impulsausbildungen, wissen wir, dass Beckenproblematik mit existenziellen Themen zu tun, nämlich mit Tod, Aggression, Sexualität, aber wie gesagt, im Wesentlichen mit Tod. Schulden haben mit Schuld zu tun und Beziehung hat was mit Beziehung zu tun. Nicht erklärbar, weil die Patientin ist, wie gesagt, kommunikativ stark, die hat auch alles gemacht, die nimmt sich selber wahr und trotzdem wird das Leben nicht besser. Wahrscheinlich ist ein ganz einfacher systemischer Mechanismus am Werk. Die Mutter bekommt das Kind und die Mutter schaut ja immer noch zu ihrer toten Schwester. Wohin wird jetzt das Kind, sprich unsere Klientin, schauen? Natürlich schaut das Kind auf die Mutter. Erreicht es die Mutter? Nein, weil die Mutter schaut ja innerlich weg vom Kind. Jetzt ist es ja mehr als logisch, als psychologisch, dass das Kind, das später groß geworden ist, unsere Klientin, unsere Patientin, Nachbarin, Freundin geworden ist, dass sie innerlich zur toten Schwester der Mutter schaut. Das passiert nicht bewusst. Das passiert zutiefst unterbewusst und sich beginnt mit der toten Schwester zu identifizieren. Weil wenn sie sich mit der toten Schwester identifiziert, hat sie Kontakt zu ihrer Mutter. Das ist ein ganz einfacher, tatsächlich logischer, psychologischer Mechanismus. Identifizieren wir uns aber in diesem Fall diese Patientin mit einem Toten, der vor uns war, folgt dann nicht notwendigerweise aus Lebensglück, sondern ein Scheitern, so wie der Tod in Anführungsstritten ein Scheitern des Lebens war. Wahrscheinlich gibt es ganz viel Schuld im Leben der Patientin. Das äußert sich in den Schulden. Das Thema Tod ist im Leben der Patientin. Das äußert sich in dem tiefsitzenden Rückenschmerz, in der Beckenproblematik. Und dass ein Beziehungsabbruch stattgefunden hat zwischen den beiden, wird in dem Leben der Patientin, die sich jetzt identifiziert hat mit ihrer toten Tante, immer wieder reinszeniert. Anders formuliert, die Schulden, der tiefsitzende Rückenschmerz und die Beziehungslosigkeit, ist ein Produkt einer Geschichte, die lange vor der Geburt der Klientin angefangen hat. Deswegen wirken dann Osteopathie nicht, deswegen wirkt häufig humanistische Therapie nicht, sondern in diesem Moment wirkt systemische Therapie und darin bilden wir aus. Weil wenn man einmal diesen Grundmechanismus verstanden hat, ist es eigentlich einfach. Klingt sehr therapeutisch, aber die systemischen Grundgesetze der Zugehörigkeit, des Ausgleichs und der Rangfolge wirken auf allen Ebenen. Die wirken in Familiensystemen, die wirken aber auch in Familienersatzsystemen, wie zum Beispiel in einer Firma, in einer Praxis. Dort sind all diese Mechanismen genauso aktiv. Darin bilden wir auf, zu verstehen, warum läuft es in einer Firma manchmal schief, wieso brechen die Umsätze ein, wieso gelingt Beziehung im Büro nicht und so weiter und so weiter. Wie gesagt, es setzt voraus, es setzt voraus, Patienten voraus, wie immer die etwas wollen, Patienten voraus, die etwas wollen, ich musste auf die Kamera schauen, die sich selbst wahrnehmen, den anderen schon ein bisschen wahrnehmen können, dann sind hier Lösungen manchmal tatsächlich wie eine Magie oder wie ein Zauber. Das Ganze bilden wir aus in zwölf Tagen. Das bedeutet, vier mal drei Tage Ausbildung, danach sollt ihr in der Lage sein, wenn du Lust hast, diese Ausbildung zu machen, und danach sollt ihr in der Lage sein, tatsächlich systemisch zu arbeiten. Sei es mit einzelnen Menschen, mit Kissen, sei es mit Gruppen. Wenn man das Grundprinzip verstanden hat, ist es vom Prinzip einfach, danach braucht es Praxis, 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 Training, Training, Training. Und darauf haben ich, meine Assistenten und Simone, die ihr vielleicht schon aus einem anderen Video kennt, ganz große Lust. In dem Sinne, herzlich willkommen in der systemischen Welt, herzlich willkommen in der systemischen Ausbildung. Vielen Dank.